Hi Leute, diesmal habe ich dabei Deadpool, Heft 13 und Heft 14. Ja, ich mache es jetzt mal kurz, ich gehe einfach auch davon aus, dass ihr ein bisschen Deadpool vorher gelesen habt. Dementsprechend möchte ich jetzt nicht die ganze Deadpool-History durchleiern für eine Storyline, die hier drin erzählt wird. Dementsprechend versuche ich es kurz zu halten. Die Reihe wird geschrieben von Gary Dugan und anfangs hat mir Gary Dugan erst mal gar nicht an Deadpool gefallen. Also unter Marvel Now wirklich erst in den letzten Zügen, wo ich wirklich nach und nach immer mehr begeistert wurde. Aber unter All Different Marvel Now finde ich von Anfang an klasse. Er hat Deadpool um ein paar neue Figuren bereichert und zwar hat Deadpool jetzt sowas wie eine Familie. Er hat die Dämonin Königin Shikla geheiratet, mit der aber mittlerweile unter All Different Marvel Now viele Spannungen zwischen beiden existieren. Des Weiteren hat er für Deadpool eine Tochter eingeführt, die er vor etwa 8-9 Jahren gezeugt hat, namens Ellie. Und er hat ja eine Schildagentin eingeführt, namens Preston, die aber stirbt und danach in Deadpools Kopf drin steckt, bis sie in ein LMD gepflanzt wird. So, natürlich hat die Schildagentin auch noch eine Familie, einen Mann und einen Sohn und die adoptieren dann auch Ellie. So, das ist erstmal so dieses Familie-Ehre-Umfeld und das finde ich aber auch richtig genial. Also diese wirklich persönliche Note, die nun Deadpool unter Gabe Dugan bekommen hat, finde ich wirklich klasse. Das hat mir ehrlich gesagt sogar bei Daniel Way gefehlt, obwohl wir natürlich uns, denke ich, alle einig sind, dass Daniel Way wohl der mit Abstand beste Run ist. Aber das mehr eben auf die Comedy-Schiene gelegt, aber so gefühlsmäßig finde ich die Reihe dann besser. Gut, natürlich stieg Gabe Dugan auch eben in große Fußstapfen, als er eben in Daniel Way's Fußstapfen trat. Denn Daniel Way hatte auch schon für Deadpool einiges geändert. Er hat ihn etwas verrückter gemacht, als wir ihn bis dato kannten. Und zwar hat er eingeführt, dass Deadpool, ja, Selbstgespräche mit sich führte. Also in seinem eigenen Kopf hatte er zwei Stimmen, die wurden immer dargestellt, in weißen und in gelben Kästchen. Und die haben immer Zwiespalt miteinander geführt. Gabe Dugan hat aber diese anfangs weggelassen und irgendwann dann aber auch eine Erklärung geliefert, warum diese Kästchen plötzlich fehlen. Wobei ich aber persönlich denke, dass dies nur aufgrund der vielen Nachfragen danach stattgefunden hat. Denn eigentlich bis heute fand ich diese Erklärung ziemlich dumm. Und sie ist aber, äh, läuft so, dass kurz bevor Secret Invasion startete, äh, Deadpool auf die Figur Madcap, äh, getroffen ist. Und bei einem Kampf wurden beide atomisiert. Also es blieb nur noch Staub von ihnen übrig. Daraus wiederum, beide sind wiederum Selbstteiltypen, äh, setzten sich beide wieder zusammen, aber als Einwesen. Und so wird erklärt, dass die weißen Kästchen, die wir eben unter Daniel Way hatten, äh, angeblich Madcaps Gedanken waren. Manchmal hätte diese Erklärung nie stattfinden müssen, man hätte das so stehen lassen können, aber diese Erklärung wurde uns halt so dann irgendwann nachgeliefert. Fand ich anfangs blöd, aber Gabe Dugan hat daraus unter All Different Marvel Now wirklich noch was gemacht. Ähm, und zwar hat der Madcap dann zum Feind von Deadpool gemacht, der nun Rache an Deadpool, äh, nehmen will, weil er eben in Deadpools Kopf war. Und das so schrecklich einfach war. Äh, und ja, meiner Meinung nach, äh, gipfelt jetzt diese Rache auch in diesem Heft. Natürlich geht diese Rache noch weiter, sage ich gleich, äh, aber in dieser Storyline, die jetzt in diesen beiden Heften erzählt wird, äh, meiner Meinung nach geht es dann auf die persönliche Ebene. Und das finde ich wirklich gut. Ähm, fangen wir mal mit Heft 13 an. Ja, äh, zu Anfangs unter All Different Marvel Now lief es sehr gut für Deadpool. Deadpool hatte ein Team bestehend aus Söldern, darunter auch Madcap, weil anfangs hat Madcap, äh, noch den Freund von Deadpool gememt. Ne, bevor er ihn dann, äh, verraten hat. Aber, äh, er hatte auch noch ein anderes Team. Und zwar hat er selbst, äh, die Uncanny Avengers, äh, gefördert. Also, finanziell gefördert. Dafür hat er sich selbst, äh, vermarktet und als Merchandise, ne, also Figuren, T-Shirts, all den Kram. Weil, genauso wie bei uns er zu diesem Zeitpunkt extremst erfolgreich war, war er eben dort auch gerade in seiner Welt erfolgreich. Ja, nun ist es aber leider so, dass innerhalb von Uncanny Avengers, äh, ja, äh, das, äh, Hauptquartier, sein Hauptquartier für die Avengers zerstört wurde. Und, ja, er muss nun dieses Hauptquartier wieder, äh, reparieren lassen, aber weiß nicht, wie er es bezahlen soll. Gut, äh, zusätzlich ist gerade die Weihnachtszeit angebrochen. Also, äh, ne, er hat eben das Geld geholt, hat damit seine Schulden bezahlt und bekommt dann eine SMS von seiner Tochter, dass das Essen fertig ist. Und Ellie wohnt ja bei Preston. Und Preston wusste davon jetzt gar nichts. Äh, eigentlich möchte sie gar nicht mehr, dass Deadpool und Ellie Kontakt haben, denn er hat einen schlechten Einfluss auf sie. Und auch, äh, äh, Eddies Therapeut sagt, äh, dass Wade und Ellie keinen Kontakt mehr zueinander haben sollen. Ellie darf auch Wade nicht mehr, äh, Vater nennen oder Papa nennen oder Dad nennen, sondern soll ihn jetzt Wade nennen, ne, um eine Distanz zwischen beiden zu schaffen, was ich ehrlich gesagt sehr traurig finde. Nun lässt sich aber, äh, Preston doch erweichen und sie feiern beide Wein, also die Familie feiert jetzt mit Wade zusammen Weihnachten, was ich sehr schön fand. Aber leider wird die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn, ja, kurz darauf, äh, beginnt plötzlich, äh, Prestons Familie, also sie selbst ist ja an einem Roboter, an einem LMD gefangen, also ihr passiert nichts. Aber Ellie und Prestons Sohn und Ehemann, ja, äh, fangen plötzlich an zu krampfen, zusammenzubrechen, äh, ja, und unter Schmerzen zusammenzubrechen. Ja, und daraufhin, äh, werden sie natürlich, äh, äh, in eine Geheimbasis von Schild gebracht, sie werden untersucht, es wird, äh, versucht heraus, alles für sie zu tun. Und es stellt sich heraus, dass Deadpool ein Virus mit sich herumgeschleppt hat, der andere infiziert, die in seiner Nähe sind, eben, und diese langsam umbringt. Ähm, ja, natürlich ist Preston jetzt hier in doppelter Hinsicht sauer, weil Deadpool aufgetaucht ist und schon wieder ihr Leben durcheinander wirft. Und man ist Deadpool schon schuld, äh, schuld, dass sie tot ist, oder besser gesagt, dass ihr Körper gestorben ist und sie jetzt ein Roboter ist. Und nun verliert sie auch augenscheinlich ihre Familie und alles, was ihr lieb ist. Ähm, ja, Preston nimmt darum, es selbst in die Hand, äh, Raid von dem Virus zu befreien und das auf eine sehr geniale Idee, die ich jetzt nicht spoilern möchte, die aber auch, meiner Meinung nach, wieder urkomisch ist und, äh, richtig genial gemacht wurde. Ja, es stellt sich im selben Zusammenhang heraus, dass hinter diesem Virus jetzt, äh, Madcap steckte, der, äh, ja, Deadpool mit diesem Virus infiziert hat. Und nun begeben sich Preston und Deadpool gemeinsam auf die Suche nach Madcap, um ihn zu stellen und möglichst einen, ein Heilmittel gegen diesen Virus zu finden. Äh, ja, äh, natürlich läuft ihnen die Zeit davon und Deadpool sieht dann nur noch eine einzige Möglichkeit, äh, weil Madcap ist unauffindbar. Und, ja, er ruft sozusagen die Zukunft an und holt sich da Hilfe. Ich werde da auch nicht mehr, äh, mehr sagen, äh, welchen Weg er da geht, aber auch dieser wird auf alle Fälle für diese Serie noch extreme Konsequenzen mit sich führen und darauf freue ich mich auch schon, wenn diese uns dann von Gabe Yugen erzählt werden. Also, ich hoffe zumindest, dass sie uns von Gabe Yugen auch erzählt werden. Also, richtig, äh, gute Ideen. Ähm, ich werde jetzt natürlich nicht weiter darauf eingehen, äh, was passiert, äh, jetzt mit in dieser Storyline in Heft 14 passiert, weil das möchte ich dann doch nicht spoilern, ähm, weil es einfach wirklich genial ist, aber wir erfahren auch endlich, äh, in wem sich, äh, Madcap, äh, verankert hat. Madcap hat als Parasit eben irgendeinen Wirbel befeilt und auch dieser stammt aus Deadpools Umfeld und super geniale Idee, äh, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, äh, dann kommt hier drinnen dann noch eine Valentinstags-Ausgabe von Deadpool, also es ist keine Sonderausgabe, haben wir ja auch schon bei Deadpool gehabt, es ist dann Deadpool Heft 26, hierbei wird aber Heft 25 übersprungen, das liegt aber daran, weil Heft 25 muss wieder irgendwas Überformatiges gewesen sein, das erscheint, ähm, im, ich glaube September war es als Trade, das haben wir schon mal erst vor kurzem gehabt und jetzt passiert das eben wieder. Äh, hier würde ich mir sogar schon fast wünschen, dass Panini für diese Sachen, äh, doch wieder die Deadpool-Spezial-Reihe auspackt, ähm, es muss jetzt nicht sein, dass für irgendwelche etwas dickeren Hefte im Endeffekt, äh, Trades gebracht werden, also da wäre mir fast lieber wieder dann eben die Deadpool-Spezials, die würde ich wieder abonnieren und hätte sie dann für 6 Euro oder 7 Euro hier, äh, anstatt einem Trade jetzt mit nur einem US-Heft, auch wenn es dick ist, was aber meist nicht so das große Ding ist, äh, für 12 oder 13 Euro zu haben, muss ich jetzt, ist jetzt meine Meinung, obwohl ich ja persönlich generell lieber Trades, äh, mag, aber in diesem Fall, äh, verstehe ich dahinter keinen, sehe ich da drinnen keinen Sinn, ne, äh, vor allem auch wieder finanziell gesehen, ähm, ja, aber diese Valentinstag-Ausgabe, äh, führt uns auch wieder mal Schickler etwas näher, denn die Situation generell zwischen Deadpool und Schickler ist seit all, äh, different Marvel now etwas angespannt und auch dies wird hier wieder, äh, schön bearbeitet, aber es ist immer so ein Hin und Her zwischen beiden, in dem einen Moment lieben sie sich, im nächsten, äh, ja, äh, möchte Schickler Deadpool töten, es ist wirklich immer nur ein Auf und Ab zwischen beiden, find ich auch genial, ähm, gleichzeitig hat auch hier wieder Madcap seine Finger im Spiel und zwar hat er, ja, Deadpool ein Herz in einer Valentinstagsschachtel, äh, zugeschickt, äh, Moment, hier, na, und nun, äh, möchte natürlich Deadpool herausfinden, wem gehört dieses Herz, ja, äh, war jetzt, ehrlich gesagt, Storytel, also jetzt diese zweite, diese Valentinstagsstory war jetzt leider nicht ganz so der Bringer, hatte aber wieder ein paar hübsche Momente, ein paar, ach, hier falsche Heft gerade in der Hand, hatte ein paar hübsche Momente zwischen, vor allem zwischen Deadpool und Schickler, äh, auch erleben wir Phil Coulson als Babysitter für Ellie, was ich auch, äh, sehr gut fand, also, ne, Phil als Babysitter und gleichzeitig erfahren wir auch, dass, äh, Prest mittlerweile darüber nachdenkt, sich nicht nur Madcap zu erledigen, sondern auch, äh, Deadpool endgültig, mal, bin ich mal gespannt, äh, was sich daraus, äh, dreht, ähm, ja, gut, ähm, ich find wirklich mittlerweile die Reihe wirklich richtig gut, ähm, anfangs, wie gesagt, noch unter Marvel Now fand ich jetzt Gerdugans Arbeit nicht ganz so genial, aber wie gesagt, mittlerweile, äh, schätze ich sie sehr und die Story hier drin war einfach wirklich, also eine Story, wie ich sie eben gerne habe, sie hat Humor, sie hat Spaß, aber sie hat vor allem sehr viel Emotionen und das, darauf sollte ja, sollte man ja mitgekriegt haben, wenn man meine Videos verfolgt, dass es mir das, äh, wirklich auch sehr wichtig ist und das, äh, hat diese Story echt geschafft, mich emotional zu packen, ähm, wirklich eine, wirklich Leseempfehlung, also zumindest für, äh, die Hefte Nummer, US-Hefte Nummer 22 bis 24, Heft 26, äh, war ganz nett, aber jetzt nicht, äh, so der Bringer, äh, ja, und viel mehr gibt es nicht zu sagen, aber wie gesagt, äh, US-Heft, äh, äh, was ist das schon? Wir haben jetzt 22 bis 24, fand ich wirklich richtig genial. Gut, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!